Ihr müsst euch legitimieren, das habt ihr nicht getan. Um hoheitliche Rechte wahrzunehmen, müsst ihr euch legitimieren, das habt ihr nicht getan. Ihr habt Artikel 101 Grundgesetz nicht befolgt. Ich kümmere euch doch mal ein bisschen, was richtig ist und hätte uns finden, picken uns zu. Das ist doch falsch. Der Mann hat nichts gemacht, nichts gemacht. Der Liga hat gerade, da zieht ihr einen Schwanz ein in Berlin. Das ist alles gut, alles okay, alles spitze. Aber es ist nicht so, der Tag kommt ja, wenn du dann da oben vom Marktplatz auf euch losgehst, da kommt ihr nicht zu, da habt ihr von uns keine Lüge. Eure Familien sitzen da draußen und warten auf euch, weil sie auch Schutz bauen. Ihr seid ja nicht da, weil ihr für die Politiker da oben, der Geld uns unterdrückt und klein bleibt. Und mit den Aussagen, die illegal hier sind. Ihr wisst aber schon, das Grundgesetz selber sagt ja ganz klar aus, wer hier legal im Land ist. Und man kann nicht nicht sagen, wie das Land über sichere Trickspräden einreisen. Und das kann durch kein anderes Selbstverhältnis sein. Und da erzählen sie euch, dass die Geld auch nicht in der Institutionen sind. Das ist falsch. Das haben wir 89 erlebt, das haben wir erlebt, das wollen wir nicht noch einmal. Wir wollen es nicht, wir wollen es absolut nicht. Und ihr provoziert es, ihr provoziert es, ihr provoziert es wirklich. Wir haben Angst nur davor und ihr macht es mit unseren eigenen Leuten, das kommt los. Und die sind dann hier oben an der Wartenschutzerei, die sind die, die dürfen dabei, dass wir uns sind illegaler, nach dem Grundgesetz illegale. Und wir sind dann hier angeblich unkundgesetzte, hier ist nun mal das Grundgesetz. Und haltet euch mal dran. Eure Vorgesetzten habt ihr einmal einen rechtswirksamen Befehl von eurem Vorgesetzten gesehen. Und zwar mit Teser-Secher-Unschrift, mit Vor- und Zunahme. Nur das wäre ein Rechtswirksamt. Wir haben niemals verliebt, dass wir uns ein wirkliches Leben dazu machen. Mit Vor- und Zunahme. Ihr geht, ihr machte so viel zu, nenn, nach dem Wort, da wird mir überhaupt nicht so viel vorhanden. Aber das ist die Kumpel. Der Riebe von vorne bis hinten, das ist folgt nur belügt, jeden Tag nur belügt. Und die schützt ihr. Ich habe nämlich noch nie einen Rechtswirksamen Befehl von euch gesehen, noch nie in meinem LK. Und ich kenne Polizisten, die wir uns nicht mehr zu tun können, die wir uns gefreut sind. Ich finde, hier ist nicht zugehoben, aber wir müssen uns im Klase...